Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen. Beziehungsweise im deutschen Eifersucht ist seit dem 26. September auf Prime Video verfügbar und ich habe das einfach nur gemerkt, okay, der Film ist verfügbar, aber ich habe vorher noch nie was von diesem Film mitbekommen, aber natürlich wurde vorher ein Trailer veröffentlicht, aber gefühlt sind es immer diese Shadow Drops bei Prime Video von neuen Filmen. Aufmerksam geworden bin ich natürlich dadurch, dass Joseph Gordon-Levitt die Hauptrolle spielt und ich rede natürlich nicht alleine über den Film, sondern mache das zusammen mit dem Zero. Hallihallo. Ich fühle mich mit dir immer wie Icarus. Ich bin auch mal ganz nah an der Sonne. Traumhaft. Ja, Icarus heiße ich leider nicht, ich heiße Johannes. Killer Heat beziehungsweise Eifersucht ist das US-Debüt des ivorischen Regisseurs Philippe Lacot und basiert auf dem Roman The Jealousy Man von Joe Nesbo. Das ist eine der fleißigen skandinavischen Thriller-Autoren. Zero, verrate uns doch erstmal, worum geht es in Killer Heat? Geht es um Killer? Geht es um Hitze? Es geht um Lakot. Es geht um einen ausländischen Privatdetektiv, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, nämlich Nick Bailey oder Bali. Der wird angeheuert, um einen verdächtigen Todesfall auf Kreta, eine griechisch-türkische Insel, aufzuklären, wo die Eifersucht in einer mächtigen Familie viele, viele Opfer erzeugt. Und er muss sich da ein bisschen durchsetzen und nachrecherchieren und halt ermitteln, das ist ja sein Job, was da jetzt wirklich abging. Und ja, dabei dürfen wir ihm verfolgen, wie er uns zeigt, was wirklich hinter der mysteriösen, reichen Familie steckt. Ja, und also der Originaltitel ist ja schon ein bisschen Größenwahnsinn, würde ich fast sagen. Bei Killer denkt man vielleicht sofort an The Killer von John Woo oder man denkt an den The Killer von David Fincher. Bei Heat denkt man sofort an das Meisterwerk von Michael Mann. Und dann ist dieser Film, ja, Zero, willst du vielleicht kurz erzählen, wenn du magst, wie ist deine Seherfahrung mit diesem Film gewesen in den letzten Stunden? Also ich, wie es so üblich ist, wir sind ja sehr umtriebig beim Telestammtisch, habe ich gestern noch was aufgenommen und habe dann erst noch was gegessen und dachte mal, komm, du guckst den Film jetzt an. Es war so gegen drei Uhr nachts und ist eigentlich immer gar nicht so das Problem, wenn man nicht wirklich müde ist. Ich habe den Film angemacht und es hat nicht lange gedauert. Ich sage mal so die ersten 30 Minuten, wenn überhaupt, habe ich noch geschafft, dann bin ich entschlafen. Dachte immer heute früh, okay, ja, wir kriegen das hin, ich schaue mir den jetzt an. Dann bin ich nach guten 40 Minuten eingeschlafen und das hat sich so über den ganzen Tag so ein bisschen wiederholt. Der Film ist wirklich die filmische Schlaftablette. Ich habe es nicht hingekriegt, den so dann durchzusehen und bin jedes Mal wieder weggenickt und dachte irgendwann, du hast aber trotzdem irgendwie jetzt schon bestimmt zwölf Stunden geschlafen. Und ich weiß nicht, also der war, wer Schlafprobleme hat, sollte sich den Film anmachen. Ich sage zu 80 Prozent werden Leute aber einschlafen, obwohl es ein Kriminal, Zwiller, Drama und was da alles noch betitelt wird ist. Und es ist einfach wirklich Schlafhilfe umsonst, also wenn man ein Prime Video hat. Es war wirklich schwer, das war diesmal Arbeit, es hat sich angefühlt wie Arbeit bei dem Film. Also ich bin noch nie so oft eingeschlafen bei einem Film. Schade, schade. Ja, das ist halt wirklich krass, ne? Also der Trailer wurde vor knapp zwei Wochen veröffentlicht, ich hatte den halt vorher nicht gesehen. Ich habe ihn mir dann danach nochmal angeguckt und muss auch sagen, also hätte ich den Trailer vorher geguckt, ich glaube ich hätte den Film nicht angesehen. Ich habe halt gedacht, Joseph Gordon-Levitt ist ja gerade, der war ja eine lange Zeit weg, jetzt ist er wieder so ein bisschen da, dachte ich. Und dann spielt er noch Shalane Woodley mit und Richard Madden und das wird ja vielleicht dann so ein interessantes Ding. Aber das ist schon, also was so finde ich Leute so Netflix-Filme vorwerfen, kann man finde ich auch gewissen Prime Video Produktionen vorwerfen. Boah, der ist halt wirklich, wirklich furchtbar, ne? Also diese Handlung um den, also dieser, er ist so ein versoffener Detektiv, ey, der ist auch nicht sympathisch. Also ich finde natürlich George Gordon-Levitt ist irgendwie sympathisch, aber diese Rolle, ey, ich fand den ganz furchtbar. Kann ich dir zu tausend, zu 100 Millionen Prozent zustimmen. Ich dachte auch bei den Namen der Darstellerin und der Darstellerin, so ja, das sind ja so drei Leute, die kann man mal gucken. Ich weiß aber nicht, die haben, also überwiegend das Talent vorher auf ihr abgegeben, anders kann ich mir nicht erklären. Oder der Regisseur ist vielleicht einfach nicht gut, weil, das musst du ja noch merken, dass allein Shalane Woodley, die spielt ja ja so stumpf, da kommt ja nichts bei rüber. Da ist ja, boah, es kommen Szenen davor, da soll sie dann so ein bisschen heulen. Da denke ich mir, ey, nee, echt jetzt, warum soll die denn jetzt heulen? Also, weil bei der Auflung des Films, hm, nee, das passt so jetzt gar nicht, also zu dem, was sie vorher eigentlich macht. Und Joseph Gordon-Levitt ist auch alles nur so malen nach Zahlen mäßig, geht da durch den Film. Und du hast die ganze Zeit, hast du ihn dann, ja, so wie in so einem schönen Noir-Film, in so einem Off-Gespräche, aber nur. Und in dem Film wird dir ja nichts gezeigt, es wird alles nur erzählt und das ist Hörensagen für mich, gerade bei so einem Kriminalfilm, stimmt das jetzt wirklich? Und dann ändern die das, da denken sie, sie sind clever, ach, es ist, es ist einfach schlimm. Und wie du sagst, Netflix, das Poster sieht halt auch aus, hatten wir auch eben gerade vor dem Vorgespräch schon mal gesprochen. Es ist so 0815, ja, das kann jeder machen, der keine Skills hat mit irgendeinem Bearbeitungsprogramm, weil da ist nicht viel Arbeit reingeflossen. Aber ja, in den Film auch nicht. Aber, ey, die Darstellenden hatten wenigstens einen schönen Urlaub auf Kreta, da haben wir nämlich gedreht. Vielleicht war das wenigstens schön. Und es gab ein bisschen Taschengeld. Ich hätte es auch gemacht. Ja, so wirkt es halt wirklich, weil auch Richard Madden und Shailene Woodley, ey, die haben, also die haben alle gefühlt überhaupt gar keinen Bock. Das ist so komisch. Und, also ich gucke ja auch gerne Filme in der Synchron. Ich habe auch gedacht, guckst du den einfach auf Deutsch an, das ist jetzt nichts irgendwie, dass ich das im O-Ton gucken muss. Aber ich habe irgendwann auf das Englische umgeschaltet, weil ich das nicht ertragen habe, weil diese Dialoge, die sind ja so furchtbar. Und im Englischen ist es halt irgendwie nicht so cringy gewesen, finde ich, wie auf Deutsch, ey. Also, und auch, also, dann heißt der irgendwie Killer Heat und dann wird ja fast so ein bisschen, ne, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen Romantik und irgendwie Erotik. Also, Shailene Woodley darf einmal im Badezug rumlaufen und Richard Madden einmal in der, in der, dem Meer entsteigen, quasi wie in so einem James-Bond-Film. Aber das war's auch. Und dieser Film ist, der ist gar nichts. Nee, der hat, der hat kein Drama, der hat kein Sex-Appeal, der hat auch keine Spannung. Und ich frage mich bis heute noch, ist eine Szene, da wird jemand erschossen und da ist dann ein Hund. Dann dachte ich, ja, und was passiert mit dem Hund? Ich dachte, wenigstens, Joseph Gordon-Levitt übernimmt jetzt den Hund und dann hat er so einen Hund an der Seite. Vielleicht da irgendwie ein Joke. Also, es kommt ja auch nicht wirklich Humor darin vor und das will er vielleicht auch gar nicht, aber das hätte vielleicht ein bisschen den Film jetzt aufgelockert. Der hat halt kein Fleisch am ganzen Film. Er ist einfach nur strunzenöde und der dauert eigentlich nur 97 Minuten. Das ist, also, muss man ja vorhin auch sagen, ich bin bei einem 97-Minuten-Film mehrfach eingeschlafen. Und das, das kann nicht sein. Also, das ist ja eigentlich eine snackable Zeit, ne. Alles unter zwei Stunden kann man sich ja eigentlich immer gut durchgucken, aber der zieht sich wie Kaugummi, weil nur gesprochen wird überwiegend. Und du musst das halt abnehmen und dann kommen Rückblenden, die dann auch immer verändert werden. Was so, das hat mich dann immer erinnert, die wollten vielleicht sowas machen wie, ja, Glass Onion, ne. Wie Nice Out, wie die Reihe. Weil die haben ja auch bei den Auflösungen immer, dann kommt die andere Figur da rein, ach, das war dann vielleicht so. Aber da ist es alles so unterhaltsam, auch geschnitten und erzählt und musikalisch unterlegt. Die Musik hier, die hilft ja noch dazu, dass es alles so trantütig rüberkommt und so übermäßig dramatisiert werden soll, aber es einfach nur langweilig wirkt. Och ja, es war halt nichts. Nee, überhaupt nicht. Und der Film sieht ja auch wirklich, ich finde, der sieht wirklich hässlich aus. Also der hat natürlich diese schöne Kulisse von Kreta und man denkt, okay, ich möchte da Urlaub machen. Gefühlt würde ich dem vielleicht auch so ein bisschen unterstellen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel finanzielle Support man da bekommen hat für den Urlaub. Aber dieser Film, der hat dann immer so einen Weichzeichner da drin und das sieht alles so, das sieht so furchtbar aus. Und auch, nee, du hast diese, also das Drehbuch, also ich bin wirklich, wirklich schlecht, was so Twists angeht. Ich kann die eigentlich super selten voraussehen. Es gibt hier mehrere Twists und sie waren so vorhersehbar. Es war so klar, dass genau das passiert, was passiert, oder? Also es gibt ja den, in Klammern, einen Haupt-Twist, wo ich sage, okay, ja, das ist eine Sache, kann man so irgendwie, wenn man was in die Richtung schon mal geguckt hat, erraten. Aber der umfassende Twist, der war mir schon bei der Ankunft auf Kreta, war mir der eigentlich dann schon klar. Ich dachte, okay, ja, das könnte jetzt so ausgehen und dann kommt es zum Vorende eigentlich des Films und danach kommt ja nochmal ein bisschen was, wo es komplett aufgelöst wird. Und ich denke, ah, okay, das ist jetzt so ein Ding, ja, und ah, dann wird es noch weiter aufgelöst. Ich so, ah, ich hatte recht, Dankeschön. Und, ah, es ist, es ist, nee, es ist, ich weiß es nicht. Ich würde ja gerne was Nettes sagen. Wir haben gesagt, Kreta ist eine schöne Location, kann man mal machen. Vielleicht mit einer besseren Kamera, ne, schönere Bilder einfangen. Darsteller, ja, es ist einfach unzugenügend. Das ist schlecht, es ist, die keinen Bock gehabt, nicht viel gemacht. Ähm, ich würde, eigentlich müsste man auf Social Media, müsste man gucken, was Joseph Gordon-Levitt, Richard Madden und Charlene Woodley so gepostet haben danach, ob die noch eine Woche Urlaub drangehängt haben. Können wir sagen, die hatten wenigstens Spaß danach. Ja, aber der bringt halt nicht viel rum. Die Geschichte ist 0815. Das ist so, wie heißt das, Rosamunde Pilcher ist, glaube ich, spannender. Ja, es wird dann ja auch irgendwie so versucht, sich über reiche Leute lustig zu machen, dass sie alle weiße Hosen tragen. Aber das, das, das war es auch. Also mehr irgendwie Auseinandersetzung, damit gibt's nicht. Und dann auch, es gibt ja dann so Rückblenden, ähm, über die Vergangenheit von der Hauptfigur. Und ich hab mich gefragt, was soll das denn? Weil, also, es hat mich null interessiert und es hat ihn nur unsympathischer gemacht. Ich hab, also, alles, was seine Frau ihm in Anführungszeichen antut, ey, ich hab ihm das sowas von gegönnt, weil ich gedacht hab, ey, der ist so ein unsympathischer Sack. Nee. Es ist, ist halt auch so dumm, in der Rückblende verlässt er dann seine Familie, weil die Tochter eine Waffe gesehen hat. Er ist doch Polizist, die wird schon öfter mal eine Waffe gesehen haben. Wenn er nach Hause kommt, hat er auch eine Waffe dabei erstmal. Und, ja, es ist nicht, da, in dem Film ist es wirklich nicht clever. Aber er möchte es gerne sein, aber da ist wirklich kein Föhnchen, äh, Hörnschmalz reingeflossen. Ja, wirklich überhaupt nicht. Ich muss sagen, es gab eine, es gab eine Szene, da bin ich aufgewacht auch. Also, ich hab, bin, hab nicht geschlafen, aber innerlich schon. Es gibt eine Szene, wo er mit einem, ähm, griechischen, äh, Cop im Auto sitzt und sie darüber diskutieren, bei welchen Orten man The Gambia oder The Bronx oder nur Bronx und sowas sagt. Ich muss sagen, okay, hab ich gedacht, was ist das denn hier? Also, ich hab mich gefragt, was hat diese Szene im Film zu suchen, weil sie, sie spielt überhaupt keine Rolle. Aber das fand ich tatsächlich unterhaltsam, bei welchen Orten man irgendwie einen Artikel vorsetzt oder nicht. Aber es hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Äh, genau, bei der Szene bin ich auch mal kurz so aufgeschreckt. Oh, die unterhalten jetzt, weil es gar nicht zum Film passt. Und das ist das Interessanteste im ganzen Film. Und da habe ich auch überlegt, was wird hier noch so genannt, ne? Warum heißt denn das auch dann die Bronx und nicht einfach nur Bronx? Ich hab überlegt, sagen doch welche auch Bronx? Nee, eigentlich sagen alle immer, äh, ich fahr jetzt in der Bronx oder ich fahr in die Bronx. Ja, scheiße, stimmt. Und, ja, aber bei sich erklärt's, es ist ja, da geht's ja um das Ding, wo sie sind, um den Fluss, ne? Und da ist ja, okay, ja, aber das war das Interessanteste am Film. Also auch jetzt nicht wirklich Sachen, wo ich mich jetzt fünf Stunden dann nochmal drüber halten würde. Aber schon, dass leider interessant ist, am ganzen Film ist die Diskussion, warum bei einigen Sachen ein Artikel davor ist, bei anderen nicht. Bei Orten. Voll, das wird, glaube ich, in anderen Filmen wird das nicht auffallen. Aber es fällt halt so auf, weil alles andere auch, ach, weiß nicht, dann wird der irgendwie in so einem Kloster untergebracht. Und ich frage mich, warum? Warum? Ey, die hat doch Kohle, seine Auftraggeberin. Und warum bringt sie eben in ein Kloster unter? Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Jetzt werden irgendwelche Leute sagen, ja, weil der Familie gehört ja die Insel und der vermeintliche Täter überwacht ja alles und alle sind ja gekauft da und ist ja auch eine kleine Insel, ne? Da kann man ja auf 500 Gradmeter, sieht ja jeder jeden. Natürlich nicht, aber wird dann so dargestellt, ja, vielleicht hätte er dann, wenn er im Hotel wäre, hätte er dann gewusst, dass er halt der und der Typ ist. Aber nee, also das kommt ja so nicht rüber, dass er wirklich so übermächtig ist. Weil wenn, dann läuft er mit einem Henchman mal rum und anscheinend haben wir beim Ende gelernt auch nicht immer. Und das ist, ja, es ist, ah, es tut mir so leid, weil eigentlich finde ich es immer schade bei Filmen, die, der hat ja jetzt nichts, was mich jetzt persönlich angreift. Also es ist nicht irgendwie, dass er eine Agenda rüberbringen will, die irgendwie politisch falsch ist oder sonst was. Obwohl, ja, eigentlich schon am Ende, ne, dass dieses Rache-Ding da irgendwie doch ein bisschen überspitzt wird und auf Eifersucht geschoben und ich glaube, die Lösung, die da präsentiert wird oder wie sie präsentiert wird, finde ich jetzt auch nicht zielführend in keiner Hinsicht. Da sollte man sich kein Beispiel nehmen auf jeden Fall. Ähm, ja, aber er greift mich ja so persönlich nur an und dann schrafe ich Filme eigentlich schon gerne ab und ziehe so richtig drüber her. Aber der ist halt einfach nur total strunzenlangweilig und dumm. Und das muss man mir leider auch angreifen und er hat mir jetzt doch ein bisschen Lebenszeit geraubt. Äh, ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem auf angeguckt, weil er eine Neuerscheinung ist. Aber das war nichts, Herr Philippe Lacot. Ne, überhaupt nicht. Und auch diese, diese Icarus, äh, also damit fängt der Film hier an, ne, mit dieser Geschichte Icarus, ne, der fliegt an die Sonne und dann stürzt er halt ab. Wo man dann, also, müsste man vielleicht nochmal ausführlicher drüber nachdenken, aber ich würde sagen, zusammen mit den Twists ergibt diese ganze Icarus-Geschichte überhaupt keinen Sinn mehr. Oder? Also, weil es geht im Film nicht darum, dass jemand irgendwie übermütig ist. Nein, überhaupt nicht. Ich dachte auch erst, ja, okay, es geht da wahrscheinlich um ihn, dass er irgendwie sich jetzt die Finger verbrennt, weil auf dem Poster haben wir drei Figuren, ne, die drei Hauptfiguren. Da denke ich, ja, vielleicht ist er auch so flirty hinter der Frau her, verbrennt sich da und wird irgendwo reinverwickelt. Das war so mein Gedanke, wo ich das Poster gesehen habe. Und dachte, hm, ja, kann ja ganz interessant werden, ne, so eine Dreiecksbeziehung mit dem Detective da oder mit dem Detektiven. Aber, ne, ist es halt dann nicht. Und dann ist es eigentlich eher, aber Icarus ist halt griechisch, ne. Also, es ist Romulus und Remus. Der würde schon eher passen als Geschichte, die du vorpackst. Also, das hätte mir, ja, das wäre deeper gewesen und hätte mehr rangebracht. Weil es ist ja schon eher so eine Romulus-Remus-Geschichte im Hintergrund. Auch nicht ganz, aber mir fällt auch keine Geschichte ein aus so antiken Zeiten, wo es um eine Frau und zwei Brüder geht. Ja, hätten sie mal lieber Romulus und Remus genommen und dann auf Sizilien gedreht, ne. Ja, es ist auch ein schöner Urlaubsort. Hätten sie vielleicht auch Spaß gehabt, die Leute, die Crew. Aber jetzt haben wir halt sowas und es passt halt auch null als Geschichte rein, warum, wieso. Klar, man kann immer sagen, jemand, der irgendwie zu hoch fliegt, gerade wenn es um Geld geht, stürzt dann irgendwie ab. Aber das ist, das ist zu billig, zu einfach. Nee, lass weg. Aber hey, Richard Madden durfte Lamborghini fahren. Also, ne, da muss ich sagen, da bin ich dann, glaube ich, auch ein bisschen eifersüchtig, weil ich würde natürlich auch gerne mit einem Lamborghini durch Kreta fahren. Aber, ja. Er durfte Shiley den Wundle küssen. Also, er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Ja, aber auch, ne, also, dass man das nicht wirklich, also, ne, ist ja generelles Problem, würde ich sagen, so im Mainstream-Film, da findet ihr überhaupt keine Erotik mehr statt. Und auch dieser Film, ey, also, das hätte man ja wirklich irgendwie machen können, so ein bisschen so eine, auch so eine, so eine Hitze auf Kreta. Also, ne, keine Ahnung, denken wir an sowas wie Sonne und Beton. Da merkt man ja richtig, das ist ein Film, der spielt im Sommer, da ist es kochend heiß und die Leute sind am Schwitzen und es ist irgendwie eine fiebrige Atmosphäre. Aber hier ist das überhaupt nicht. Also, ich bin super so wärmeanfällig und denke immer so, Gott, mir ist viel zu warm. Und das hat dieser Film so gar nicht transportiert. Also, ich könnte mir auch vorstellen, ich gehe da lang und ich muss nicht schwitzen, weil, gibt's nicht. Ja, vor allem der griechische Cop, mit dem er rumläuft, der ist ja auch ein bisschen kräftiger. Der hätte ich auch gedacht, wenn es ja immer so heiß ist, da sieht man wenigstens ein bisschen durchgeschwitzte Shirts oder so. Der bringt dir diese Wärme und Hitze nicht rüber. Und das mit dem Sex oder Liebe in dem Film. Es gibt ja dann immer so andere Filme, die auch immer ganz oft bei Netflix laufen, überwiegend. Jetzt aber auch auf Prime angekommen sind. Da geht's eigentlich dann nur um Sex, wo ich mir dann denke, ja Leute, nee, das ist jetzt aber, das ist auch jetzt gar kein Film, der passt. Weil da geht's dann eher um toxische Beziehungen überwiegend. Und die sind halt auch alle scheiße und dumm. Aber das hätten sie da ein bisschen mehr reinbringen können, dass man das geglaubt hätte, dass da so unsere richtige, der Film heißt Eifersucht im Deutschen. Mir kommt da nicht rüber, warum jemand eifersüchtig sein sollte, wenn da keine richtige Leidenschaft drin vorkommt. Das ist halt schwierig. Also es wird halt immer viel, wie gesagt, es wird viel erzählt, wenig gezeigt und das ist bei Filmen nie das richtige Mittel. Ja, ja, Zero, wollen wir unmotiviert zum Fazit gehen? Ja, das Fazit wird kurz ausfallen, aber das können wir gerne machen. Ja bitte, dann hau mal raus und ich gucke dann, ob ich danach eifersüchtig auf dein Fazit bin. Das wisst du nicht. Vielleicht auf dem Wortwitz, den ich schon gebracht habe. Philipp Lacoste hat aber so richtig einen Code hier fabriziert. Mehr braucht man zu dem Film nicht sagen, Leute. Überspringt den in euren Watchlisten. Tut mir für Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley und Richard Madden ein bisschen leid. Aber das war nicht, junger Mann. Jetzt sollte vielleicht nochmal ein bisschen Film studieren oder irgendwas, bessere Drehbücher sich greifen. Aber nee, Leute, das könnt ihr schon skippen. Wir haben uns den für euch angetan. Bedankt euch bei uns mit vielen Likes und netten Kommentaren. Aber den Film könnt ihr getrost in die Tonne kicken. Und das ist auf jeden Fall ein Killer-Fazit. Und ich spüre auch deutlich mehr Heat zwischen uns als in diesem Film. Ja, es ist wirklich, es ist ganz graus. Aber ich bin bei dir, der ist halt irgendwie ideologisch, der ist irgendwie unproblematisch. Aber der ist halt einfach handwerklich ganz, ganz rotz. Also das ist wirklich so ein Film, wo ich mir denke, also ich weiß nicht, was dahinter gesteckt hat. Aber ich kann mir nur vorstellen, es ist einfach, sie haben gesagt, die brauchen, also die wollen Geld haben. Die haben das, glaube ich, alle fürs Geld gemacht. Und Prime Video hat halt gesagt, die geben denen das Geld, weil sie brauchen halt Content. Und so ein Film ist das. Wirklich so eine lieblose, seelenlose Produktion. Die einfach, die einfach, die ist einfach Müll. Und es ist irgendwie, also, es ist auch furchtbar. Also, es ist schon, ja. Ich habe ja gelernt, wir sollten die Leute ja mit Tipps rausschicken. Also, weder, also ihr müsst auf Netflix gehen. Das ist jetzt das einzige Problem. Ihr könnt einen Film mit Joseph Gordon-Levitt gucken. Da finde ich ihn ganz angenehm. Das ist Beverly Hills Copp, XLF, der neue. Da macht er eine deutlich bessere Figur. Ist Polizist, aber geht in die Richtung. Oder wie vorhin schon erwähnt, Knives Out, die Reihe. Es ist ähnlich. Es ist auch eine schöne Kulisse. Es ist aber spannender, unterhaltsamer in allen Punkten des Films, gegen was zu dem. Das ist super. Dann liefere ich jetzt noch zwei Tipps für die anderen beiden Darstellenden. Weil auf Prime Video gibt es Catch the Killer. Einen unglaublich guten Thriller mit Shailene Woodley in der Hauptrolle. Und ich glaube, auf Netflix gibt es die Bodyguard-Serie, wo Richard Madden die Hauptrolle spielt. Und die ist auch gut. Also, da schaut euch lieber die vier Sachen an und nicht Eifersucht. Es wird keiner vom Telegramm eifersüchtig sein, dass wir das jetzt besprochen haben. Das, glaube ich, hundertprozentig. Ja, es tut mir leid. Ich habe ja gefragt, will den jemand mit mir besprechen? Und dann hast du dich gemeldet. Und jetzt fühle ich mich fast schlecht. Bestimmt. Irgendwie Restalkohol im Spiel. Ich kann mir das nicht anders erklären. Nein. Ich rede gerne mit Johannes. Und das hat wenigstens wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Genau. Vielen, vielen Dank an dich, Zero. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Besucht auch gerne unsere Website. Ihr könnt gerne auf den gängigen Plattformen uns bewerten und oder Kommentare hinterlassen. Und schaut auch gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Natürlich könnt ihr vorbeischauen und vorher den Film gucken. Ihr könnt aber auch gerne einfach andere Filme schauen und darüber dann mit uns und anderen Filmbegeisterten auf dem Discord-Server schreiben. Und dann, genau, gucken wir, was als nächstes bald mal im Streaming startet und dann hoffentlich besser ist. Ciao, ciao. Tschöö. Perf. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir weißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.